Wir von Peter Großbau haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt. Können Sie uns die drei Werte nennen, auf denen die Unternehmenskultur von Peter Großbau basiert? Nee, ehrlich gesagt nicht. Müsste ich jetzt lügen, wäre irgendwas geraten. Äh, tu es. Hm. Die Werte werden täglich gelebt, aber viele von uns können sie nicht benennen. Dabei sind sie extrem wichtig. Schauen wir mal, warum sie so bedeutend sind. Wenn über 2000 Kolleginnen und Kollegen die gleichen Ziele verfolgen, geht es manchmal richtig rund. Aber läuft es auch rund? Ja, denn es gibt Zeichen, die alles regeln. Nein, nicht die. Zeichen, die verbinden und die helfen, eigene Werte von denen andere abzugrenzen. Manche Zeichen sind uns so nah, dass wir gar nicht mehr fragen, wofür sie stehen. Genau wie unser Zeichen. Es steht für die drei Werte unserer Unternehmenskultur. Zielorientiert, verändernd, menschlich. Fragen wir also mal anders. Wenn wir im Unternehmen zielorientiert sind, was heißt das? Dass wir eben wenig Vorgaben gemacht kriegen in der Ausführung, wie wir unsere Ziele zu erreichen haben. Das allgemeine Ziel ist eigentlich immer wichtig. Nicht sagen wir, wir haben einen Bauzeitenplan auf der Baustelle. Dann sieht man ungefähr, wann muss man was gemacht haben. Manchmal ist man am Anfang ein bisschen hinten dran, weil was länger dauert. Aber auf die Zeit weiß man, wir werden trotzdem pünktlich fertig. Ziel ist im Endeffekt, das Bauwerk zu errichten, die Baustelle abzuschließen. Ich mache die Schublade auf und da ist die Lösung, nee, so ist das in unserer Welt nicht. Kommunikation ist, finde ich, das Wichtigste. Zielorientiert bedeutet für mich dann eben, dass ich trotzdem mal versuche, auch die Diskussion auf eine sachliche Ebene zurückzuholen. Wir wollen größer werden, wir wollen auch nach wie vor erfolgreich sein. Und was sagt es aus, wenn das Unternehmen und wir alle verändernd sind? Dass man an seinen Sachen, sag ich mal, wächst, reift, erwachsener wird. In der IT ist das, was heute aktuell ist, morgen uralt und übermorgen schon gar nicht mehr dran zu denken. Sodass du eigentlich ständig über dich selbst nachdenken musst. Diverse Schulungen, was mir das Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, die ich besucht habe, hat natürlich zu meinem Reifeprozess oder Erfahrungen sehr viel beigetragen. Dass wir mit dem Zeitalter gehen. Dass man sich mit jeder Baustelle immer wieder verändert und man wird Stück für Stück besser. Und das ist halt das, was einem nachher die Sicherheit gibt und was einem Spaß macht. Wir lernen voneinander. Das heißt, die Älteren geben ihre Erfahrungen weiter und die Jungen geben uns ihre neue Ideen. Der dritte Wert lautet, menschlich. So leben wir ihn. Der Umgang der Kollegen untereinander ist sehr familiär. Wenn man mal einen Fehler macht, keiner reißt einem den Kopf oder so ab und im Gegenteil, man sagt, komm her, ich zeige dir das jetzt, wie das funktioniert. Das Unternehmen engagiert sich auch abseits der Arbeit sehr viel. Dass man auch ein gewisses Verständnis für persönliche Situationen hat. Es sind verschiedene Menschen, wenn man mit denen zu tun hat, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Ländern. Das ist eine neue Erfahrung. Auch wenn man manchmal unterschiedlicher Meinung ist, was im Leben auch dazugehört, kriegt man am Ende des Tages immer wieder das Zusammenleben. Egal, ob das auf der Baustelle oder egal, wo ich hingehe. Ich fühle mich nie fremd einfach in der Firma. Gemeinsame Werte zeichnen uns aus. Sie stehen für unsere einzigartige Unternehmenskultur. Wir sind zielorientiert, verändernd und menschlich. Wir sind PETA-Großbau.